Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen, heute von Klum zu Kaulitz. Topmodel Heidi Klum hat sich entschieden. Die vierfache Mama will nach der Hochzeit von Tokio Hotel Gitarrist Tom Kaulitz jetzt auch offiziell so heißen wie ihr Liebster. Wie The Blast berichtet, soll Heidi Klum Dokumente eingereicht haben, mit dem sie darum bittet ihren Namen rechtlich ändern zu dürfen. Erst im August hatten sich Heidi und Tom in Italien das Ja-Wort gegeben. Sie trug bis jetzt jedoch immer noch ihren Mädchennamen. Damit soll nun Schluss sein. US-Medien spekulierten nach der Hochzeit von Heidi Klum mit Tokio Hotel Star Tom Kaulitz über ihre Namensänderungen. Wie The Blast erfahren haben soll, soll die 46-Jährige bereits beantragt haben, ihren Nachnamen zu ändern. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie ihren Namen ändert. Denn Tom Kaulitz ist bereits Heidi Klums dritter Ehemann. 1997 heiratete sie den Stylisten Rick Pepino. 2002 ließ sich das Paar scheiden. 2005 gab sie dem Sänger Seal das Ja-Wort, dessen Nachnamen Samuel sie später annahm. Das Paar gab Anfang 2012 die Trennung bekannt, die vierfache Mutter soll anschließend auch beantragt haben, wieder Klum zu heißen. 2014 wurde die Scheidung abgeschlossen. Klum und Kaulitz hatten vor zwei Monaten in Italien an Bord eine Luxusjacht geheiratet. Es war wirklich magisch, schwärmte sie rückblickend gegenüber der Entertainment Tonight. Nachdem wir auf diesem großen Boot waren, fuhren wir mit einem kleinen Segelboot weiter. Nur mein Mann und ich. Und da waren all diese wunderschönen kleinen Buchten. Wir haben viel Pasta gegessen und das Wasser dort ist traumhaft. Ich wollte gar nicht mehr weg. Aktuell steckt die 46er mitten in den Dreharbeiten zur neuen ProSieben-Show Queen of Drags. Ein umstrittenes Engagement, von dem die LBGTQ, die Gemeinschaft der Schwulen und Lesben und Transgender, nicht begeistert ist. In der Sendung sollen zehn Dragcreens in eine Villa einziehen. Moderatorin Klum zur Seite stehen ihr Schwager Bill Kaulitz und Conchita Wurst. Während das US-Original der Show von RuPaul eine informative und aufklärerisch wirkende Sendung mit Niveau sei, ging es bei Klum nur um das Keifen, das persönliche Drama, die bloße zur Schaustellung übelster und erwarteter Klischees, hieß es unter anderem in einer Online-Petition. So, das war's schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von den Ganzen haltet, dass Klum bald Kaulitz ist und schreibt eure Meinung dazu. Ansonsten sag ich bis zur nächsten Folge und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.